Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir beim BigBikeMeet, dem wohl asozialsten Motorrad-Event in ganz Deutschland. Und genau an der Stelle kommt YY zum Einsatz. Wenn man das sagt, können Sie das gesagt von mir. Wenn man nicht passt und so. Ob Ihnen das dann passt oder nicht, dann passiert das. Ich bin vorhin auch gefahren. Aber ich bin gerade eben gefahren. Ich darf da gleich runter machen. Willst du mir das Wahn runter machen? Okay, lass mich raus. Ja, ich bin raus. Ich bin immer noch gefahren. Seit drei Tagen. Boa. Ja, wir schießen. Dann gehe ich hoch. Ja, ich bin eher hingegen. Ja, ich bin niemals glücklich. Nein, ich bin immer noch gefahren. Ich bin niemals glücklich. Ich bin nicht glücklich. ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk